Ein 37-jähriger Mann aus Naumburg wurde heute gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall auf der B450 bei Hadamar so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber Christoph Sieben in ein Kasseler Krankenhaus geflogen werden musste. Der Mann war mit seinem Mercedes aus Bergl in Richtung Hadamar unterwegs. Als er einem Stoppschild die B450 überqueren wollte, missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines 24 Jahre alten Mannes, der mit seinem Auto in Richtung Fritzlar unterwegs war. Auf der Kreuzungsmitte erfasste der 24-jährige Fritzlarer den Mercedes seitlich und es kam zum Zusammenstoß. Der Aufprall war dabei so stark, dass der Mercedes bis zur Mittelkonsole eingedrückt wurde. Über eine Stunde benötigte die Feuerwehr den am Brustkort verletzten Naumburg aus dem Fahrzeug zu bergen. Das DRK-Rettungsteam versorgte den Verletzten mit zwei Notärzten. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei den unfallbeteiligten Fahrern eine Blutentnahme an. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Es gibt im Moment zwei Verletzte, ein Leichtverletzter und ein Schwerstverletzter. Dieser wird jetzt mit dem Rettungshubschrauber nach Kassel verbracht. Die Einsatzkräften mussten den Mercedes-Fahrer aus dem Auto herausschneiden. Dieses hat über eine Stunde gedauert. Schadenshöhe schätze sich auf 20.000 Euro. Es ist ein Gutachter bestellt, um die Unfallursache aufzuklären. Die Fahrzeuge werden sichergestellt und bleiben erstmal in Obhut der Polizei. Einsatzkräfte waren vor Ort acht Polizeibeamte und circa 20 Feuerwehrleute. Die B450 und alle Zu- und Abfahrten waren für die Dauer von circa drei Stunden voll gesperrt.